Egal ob es sich ums Tanzen, Instrumente bauen, Sport oder News handelt, ich berichte gerne über Themen, die den Zuschauer interessieren könnten. Nebenbei halte ich meine Instagram-Follower auf dem Laufenden, wo, wann und was ich mache. Außer dem Video und TV-Content führe ich auch ein Account rund um Kempten. Mein Name ist Ladis Raffavro und ich würde gerne meine Erfahrungen bei der ZIP ausnutzen und auch neue sammeln. Ich glaube, ich wäre ein guter Team-Nachwuchs auch dank meiner Sprachkenntnisse. Hoffentlich hat euch mein Vorstellungsvideo gefallen und wir sehen uns bald bei der ZIP. So, Zeit heimzugehen!